Größer, schneller, massiver. So hat man sich lange technischen Fortschritt vorgestellt. Doch die Zukunft ist leicht. Und Leichtbau spielt dabei eine zentrale Rolle. Mit Technologien, die Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Funktionalität smart vereinen und unseren Alltag verbessern. Wie dieses E-Bike. Es bringt viel weniger Gewicht auf die Straße, hat eine hohe Reichweite und macht Mobilität noch flexibler. Geschossaufstockungen in Leichtbauweise sorgen in Innenstädten für mehr Wohn- und Arbeitsraum. Moderne Materialien und Isolierungen helfen, den Energieverbrauch zu senken, die Temperatur zu regulieren und machen unsere Welt ein wenig leiser. Auf der Straße sorgen Leichtbauelemente für weniger Gewicht, mehr Reichweite und einen geringeren Energieverbrauch, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Stabilität. Leichtbau bereichert auch unsere Freizeit. Fraglufthallen zum Beispiel bieten Wetterunabhängigkeit und natürliches Licht beim Sport. Auch die Sportgeräte sind heute oft aus innovativen Leichtbauwerkstoffen gefertigt. Weniger Gewicht und mehr Spaß. Ein echter Matchwinner. Machen wir das Leben in Deutschland leichter. Mit smarten Ideen, innovativen Materialien und neuartigen Verfahren. Mit Bauweisen, die mehr Raum, mehr Bewegung, mehr Lebensqualität schaffen und gut für die Umwelt sind. Erfahren Sie mehr über die Schlüsseltechnologie Leichtbau unter bmwk.de Slash Leichtbau